Achtung, Achtung, dieses Video beinhaltet laute Zähnen. Achtung, 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 Achtung. Achtung, 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 Achtung. Achtung, 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 Achtung. Achtung, Achtung, Achtung. Achtung, 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 Achtung. Achtung, 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 Achtung. Achtung, Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Achtung, 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 Achtung. Achtung, 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 Achtung. Achtung, 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 Achtung. Du neil... no nein... no nein... Du neil... Du neil... Du neil... Ich hab... Warte! Stopp! Anheiße! Ich hab ne miesen Fehler gemacht. Wahrscheinlich schreibt es grad schon alle in die Kommentare. Ich bin saublöd. Ich bin echt unglaublich blöd Ich war anscheinend auf einer unpassenden Höhe Außer ich bin jetzt extrem schnell, aber ne Ne, 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 ne Nein, 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 nein Da habe ich ganz miesen Fehler gemacht, das war jetzt extrem dumm von mir Weil ich bin echt unglaublich blöd Ich probiere es einfach aus, das sehe ich ja gleich Uff, ne, das schaut nicht so gut aus In der Tat Naja, solange es jetzt keine größeren Einschränkungen hat Na, äh, 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 äh Äh, äh, äh Weiß nicht, das waren 30 Gigabyte oder so Die sich, äh, nein, nein, nein Nein, nein, nein Dann ziehen wir uns eine Line nach der anderen rein Okay, das, äh, das, das, das hat sich zwar gereimt, aber war jetzt nicht so optimal Ja, zählen ist immer so eine Sache, Leute Zählen, wer hat sich denn dieses schwierige Zeug hier ausgedacht? Oh, 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 oh Oder wie heißt das Wort von generieren, wenn ich etwas generiere, das Nomen dazu, es ist dann Generation, aber Generation ist doch das mit alten Leuten und mittelalten Leuten und jungen Leuten und noch jüngeren Leuten. Ja, ich hab's heute mal wieder ganz gut hier. Eins, zwei, drei, vier. Eieiei, ist das hier eine Doktorarbeit. Was hab ich mir hier nur überlegt. Ich wage gerade an meinem Verstand zu zweifeln. Ich hab hier eine falsche Wand eingezogen. Zu, weil ich gerade einfach auch die Zeit hier immer weniger finde, wirklich aktiv was aufzunehmen. Also eigentlich, ja in der Weihnachtszeit ist es am sinnvollsten, möglichst viel rauszuballern, weil da einfach dann auch, ähm, wie weit die genau rausgeht. Das probiere ich jetzt auch gleich einfach mal ein wenig aus. Oh, oh, oh. Oh, okay, ähm. Äh, okay, hier kommt vielleicht auch gar keine Treppe mehr rein. Ein feines Muster bekommt. Und, äh, jetzt gerade mal Erde an Gehirn. Ja, kann auch irgendwie Animation... LOL! Habt ihr... LOL! Ich muss hier gar nicht immer durchklicken. genau er braucht auch noch eine ganze zeit bis er kommt ist ein neuer stuhl weil ich hatte es ja oft genug und ich habe es auch in folgen schon erwähnt welchen schlechten einfluss das auf videos nimmt weil mein stuhl einfach das problem hat dass er sich immer von selbst runter fährt hat hier gerade ein hund gebellt da gehe ich gleich mal nachgucken es gibt doch und die wo bist du hallo hey leute und herzlich willkommen zurück zu lbfb mit dem wer bist du und wie hast du mich gefunden naja ist ja nicht euer problem und mein problem ist es jetzt auch nicht wirklich mehr außer dass ich jetzt die nächsten monate dann kein geld mehr habe aber wozu braucht man schon geld wenn man jetzt eine gute maus hat und ja wie sagt man so schön dem geschenkten gaul schaut mal nicht ins maul oder sowas schnähe nicht kopieren warte wenn wir hier und und äh so einfach das da ausfüllen ah ja ja die wird die mott stecken ok also unter set habe ich mir was ok ok irgendwie vielleicht muss man auch ein block höher gehen Ich sag hier einmal drauf und... Wie geht der Befehl? Kannst du dir mal was hören? Einfach slash slash set. Bei mir wird einfach nur gelöscht, wenn ich das da reinmachen will. Der Block heißt aber schon so an. Ja, hab ich eigentlich schon eingegeben, wenn ich nicht ganz blöd bin. Ja, ich hab jetzt auch nochmal eingegeben. Da ist einfach nur fettes Loch in der Straße. Ja, ich glaub, wo halt einfach so ein bisschen passen? Ja, das kann sein, das ist auf jeden Fall. Ja, was wollen wir noch sagen? Was sagst du? Hallo? Aber hallo! Okay, ich glaub, der ist kaputt, wie der hier rumsteht. Naja, äh, ich bin hier der YouTuber, so eine Kacke, jetzt muss ich irgendwie weitermachen. Jetzt hab ich keinen Appen dabei, der für mich irgendwas euch unterhält. Äh, äh, Hilfe, 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 ich muss was erzählen. Aber jetzt schau ich, oh, jetzt hab ich wieder die falsche Taste gehittert. Und jetzt hab ich mal wieder was im Hals. Ja, da saß mir wohl ein kleiner Träuber im Hals. Das bereitet mir gerade... Oh, 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 das bereitet mir gerade Sorge. Da hab ich jetzt gerade was weggenommen, was nicht weggenommen werden sollte. Ehre genommen! Ende. Didier thì da- Na-Noah! den tai j se Untertitelung des ZDF, 2020